Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Adventskalender. Und heute ist der 6. Dezember, sprich heute ist Nikolaus und ja, ich würde sagen... Okay, Aldrach, dann halt nicht. Ich würde sagen, wir begeben uns gleich hinten zu dem größeren braunen Paket, was ihr da hinten schon seht. Und ja, quatschen gar nicht mehr allzu lange drumherum. So, dann lassen wir uns mal dahinter rennen. Und ich bin mal gespannt, was wir kriegen. Ich hoffe, dass es keine Star Coins sind. Weil, äh, was heißt Star Coins? Ich meinte keine Jorvik-Schlinge, weil sonst, ja, passt da nichts mehr rein bei mir. Ähm, ich bin gespannt, es ist braun. Und, was ist drin? Oh, ging nicht. Ein Kaffee mit Milch. Okay, beziehungsweise es sind drei Sachen drin. Kaffee mit Milch ist drin. Ähm, Zimtschnecke ist drin. Und ein Tee mit Milch. Okay, warum muss man das jetzt da reintun? Ich verstehe es nicht. Okay, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch mit dabei war. Aber ich verstehe nicht, warum man Items da mit reintun muss, anstatt irgendwie, ich sag halt ein, was weiß ich, ein Gutschein-Code oder so. Okay, Gutschein-Code jetzt nicht unbedingt. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber halt irgendwie was anderes. Warum Items? Naja. Okay. Okay. So, Leute. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und, dass das vom 6. Dezember euch heute auch gefallen hat von StarStamp. Auch wenn das echt weird ist, dass wir Items kriegen. Aber okay, hups. Sorry, Leute. Ähm, ja. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns morgen auf alle Fälle zu einem neuen Adventskalender-Video, beziehungsweise zu drei neuen Adventskalender-Videos. Und, ja, vielleicht, das sag ich euch mal ganz kurz vor, aber ich weiß noch nicht, ob das heute oder wann es kommen wird. Vielleicht wird es später nochmal zwei Anime-Crossing-Einrichtungs-, also Anime-Crossing-Happy-Home-Paradise-Videos geben. Ähm, aber das kann ich leider euch noch nicht versprechen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen, Leute. Bye!